Geh ein bisschen zurück, du bist nicht ganz drauf. Das geht sich nicht aus. Na ja, ich krieg entweder die drauf oder das drum hinten. Nein, das geht sich nicht aus. Warte, probier du von der anderen Seite. Probiere mit mir. Weiter. Ja, weißt du überhaupt, was das ist? Ja, du willst immer diese Fotografie und dann... Der Museum. Ja, Supermuseum. Da ist auch eins. Ja, das ist auch das Groß- und Naturhistorische. Aber welches ist erstmal nicht so, das ist ein Komplekt, der ich auswählte. Ja, im Prinzip... Entschuldigt, wenn ich so reinplatze. Also das sind keine Museen erst mal, ja? Ich meine, ihr kommt ja anscheinend nicht aus dem Ausland, das ist nicht schlimm, ja? Um Wien mal richtig kennenzulernen, muss man ja auch nicht der Original Wiener sein. Wenn ich kurz erzählen... Ja? Bitte, gerne. Achso, ja. Also das waren die beiden Gebäude aus dem Jahr 1975, die genutzt wurden, um die Verwaltung für die Beißel zu stellen, ja? Beißel? Ja, Beißel. Also das sind so Tankstellen-ähnliche größere Gebäude. Ah, ja. Wird's heißen? Naja, nee, also zum Betanken der Fiat. Ah! Habe ich nicht gewusst, ja? Fiat! Ist das mit dem Pferd? Gut, wir machen's anders. Kommt doch bitte einfach am Sonntag, ja? Dem 28. mit. Das ist der 29. Ach, der 29. Ja, da mache ich nämlich eine kleine Stadtführung. Und ich meine, ihr müsst nicht vor dem Problem stehen bleiben, nicht? Wenn man mal nicht weiß wo, ja? Ich lade euch da einfach ganz herzlich zu ein. Ist das gratis? Ja, du. Na, der ist nicht schlecht. Natürlich. Und wieso soll man mit dir mitgehen? Du bist ja nicht einmal von da. Na du, also wenn jemand weiß, was die Stadt der 12 Flüsse ist, ja, die Stadt der 8 Himmel und der 7 Brücken, dann bin ich das. Also, ich kann's euch nur ans Herz legen. Nächsten Sonntag? Ja. Nächsten Sonntag? Ich glaub schon. Ja, da schon mal er. Wo ist Treffpunkt? Lass uns immer im Kuh treffen. Im Kuh? Das ist da drüben. Ach, das ist Museumsquartier. Nein, das martialische Quantum. Ist das da drüben? Eine Waffe, ja. Richtig. Ja, und da in der Mitte. Okay, treffen wir uns da. Gut. Die Uhrzeit, die Uhrzeit, dass wir uns finden? Ach, machen wir so... Drei, vier? Ja, vier. Sechzehn Volt. Ja. Danke, danke. Ach, du gerne. Servus. Hörst du nehmen Papa mit? Ja. Ich weiße. Ja. Tschüss. Danke. Servus. Jetzt mach... Du bist blöd geworden, das gibt's nicht. Jetzt mach ein Foto. Ja. Du komm.